Heutzutage, man denkt, ein Mann ist ein Mann, je härter er ist. Je härter du bist, zu Hause vor allem. Du darfst nicht lachen zu Hause. Kein Spaß machen. Keine Freude reinbringen. Das ist der Mann. Und das ist genau das Gegenteil. Guckt euch den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, an und seht sein Leben. Und ihr werdet sehen, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, der barmherzigste war. Und vor allem mit den Frauen. Und es ist ein großer Unterschied, dass du als Mann zu Hause geliebt wirst, geehrt, geschätzt, respektiert wirst. Und dass man nur Angst vor dir hat. Es gibt manche Männer, die denken, die wären Männer. Aber man hat nur Angst vor dir zu Hause. Im Inneren hasst man die. Wenn ihr zum Beispiel liest, Nabi sallallahu alaihi wa sallam während einer Razwa, Rückkehr von einer Razwa, von einer Schlacht, verliert eine seiner Frauen. Und ich denke, es war Aisha, die Perlen von ihrer Kette fallen im Sand runter. Al-Mu'min, Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ganze, ganze, ganze Leute, ganze Jej, das mit ihm war, hat gewartet und haben gesucht nach den Ekt in der Wüste. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam macht seinen Oberschenkel, seinen Fuß und lässt seine Frau drauf steigen, damit sie auf das Reittier drauf wird. Ja, Romantik. Nabi sallallahu alaihi wa sallam fällt von einem Reittier und eine seiner Frau war mit ihm. Und dann kommt Abu Talha und fragt natürlich als allererstes nach dem Prophet sallallahu alaihi wa sallam, weil sie liebten den Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Sagt er, guck, guck nach ihr und bedeck sie. Nabi sallallahu alaihi wa sallam wird gefragt, wie liebst du? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, ich liebe Aisha radiallahu alaihi wa sallam. Und dann wird da gefragt, wer noch außer Aisha radiallahu alaihi wa sallam hat. Und dann sagt er Abu Ha. Und sagt nicht Abu Bakr s-saddiq radiallahu alaihi wa sallam. Sondern fügt ihren Vater zu ihr. Durch ihre Liebe zu ihr liebt er auch ihren Vater. Jede Ehe, selbst im Hauz des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, so perfekt wie seine Ehen waren, wie er Abu Bakr sallallahu alaihi wa sallam, kommt es trotzdem ab und zu immer, weil wir sind Menschen, zu Kleinigkeiten, zu Reibungen, zu Problemen. Jede Ehe. Aber ein großes Problem, ein großer Fehler, den viele machen, vor allem auch Frauen, ist das, die dann sofort diese Sachen, die intim sind oder die privat sind, draußen dann erzählen. Ein wichtiger Punkt ist auch bei dem Mann, wenn er heiratet, dass er das empfindet, dass er so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sein will. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, khayrukum khayrukum li'ahli wa ana khayrukum li'ahli. Dass du diesen Ansporn hast, dass du sagst, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, er war der Beste zu seiner Familie, zu seinen Frauen. Und der Beste von euch ist derjenige, der am besten zu seiner Familie ist. Also versuche ich, der Beste zu sein. Viele, viele, ist genau das Gegenteil. Viele denken, genau das Gegenteil zu sein, ist man. Nabi sallallahu alaihi wa sallam auch wieder, das fällt mir wieder ein, im Umgang mit seiner Frau, das ist auch so ein Punkt, so ein Aspekt mit seinen Frauen. Nabi sallallahu alaihi wa sallam hat sich auch schön gemacht mit seinen Frauen. Hat auf sich geachtet, auf seine Äußerricht geachtet, auf seine Hygiene. Nabi sallallahu alaihi wa sallam wird überliefert. Jedes Mal, wenn er zu Hause reinkam, kam er rein und wie er kam, kam er rein mit seinem Siwak. Ibn Abbas wird eine schöne Aussage von ihm überliefert. Er wird überliefert, dass er seinen Siwak genommen hat und seine Haare, so mit den Sahabern, seine Haare schön gemacht hat und gekämmt hat. Und hat denen gesagt, Wallahi, ich liebe es, mich schön zu machen für meine Frau, wie meine Frau sich für mich schön macht. Und da kommen wir wieder zurück, diese Sachen, diese normalen Sachen, werden zu Ibadat, werden zu Gottesdiensten mit der richtigen Absicht, wenn du dafür die richtige Absicht hast und Allah wird dich dafür belohnen. Und ich sage im Allgemeinen, meine lieben Geschwister, ist Wallahi, wenn man gut ist, und das sollte auch jeder Mann im Hinterkopf haben, und auch jede Frau, weil dieses Leben wird irgendwann mal zu Ende sein. Und wenn du meintest, dass du mit deiner Diktatur alles im Griff hattest und dass zu Hause jeder vor dir Angst hatte und Respekt hatte vor dir, aber glaub mir, spätestens nach deinem Tod, wird man dann sagen, oh, Alhamdulillah. So wie der Rabbi Sallallahu al-Sallam sagt. Deine Kinder werden sagen, oh, Alhamdulillah, der ist weg. Geschweige dann deine arme Frau. Aber wenn du ein Mann warst, der mit Liebe umgegangen ist, der wusste mit Riff, mit Hikmah, mit dies und das, Wallahi, dann werden deine Frau und deine Kinder jedes Mal für dich doa machen. und dich vermissen und in deinem Namen spenden. Und deine Frau wird dich vermissen und mich, und so viele Frauen, obwohl das ja natürlich erlaubt ist und legitim ist, so viele Frauen, Wallahi, heiraten nicht. Nach ihren Männern. Aus Loyalität. Aus Loyalität. Aus Loyalität. Aus Loyalität.